Musik dürft ihr euch ein Thema überlegen, das teilt ihr uns gleich mit, damit wir wissen, worum es geht, ob es passt oder nicht. Ihr teilt die Gruppen auch bitte selber ein, es müssten halt zweimal vier Leute sein. Ihr dürft komplett frei. Es ist nur vorgegeben, dass die Bewegungen deutlich sind, dass alles zum Thema passt. Ihr stellt euch dann nachher auch selber vor, das heißt, ihr dürft schauspielerisch das darstellen mit Akustik, das übernehmen nicht ihr. Dann setzt die Musik ein und ihr fangt an und dann wird immer gewechselt, also wenn ihr einbaut, dann wird das eben besprochen, miteinander verglichen, gesagt, was war gut, was war noch nicht so gut. Und wir gucken dann, ob es noch einen zweiten Durchgang gibt, damit ihr die Verbesserungsvorschläge auch annehmen könnt. Und genau, würde ich sagen, teilt euch die Gruppen einfach mal ein.